Bitte weiter zur nächsten Testkammer. Dabei geht es um die Reaktion von Testsubjekten in einem Raum voller tödlicher Laser. Na dann, viel Spaß beim Sorglosen durch die Luft segeln. Der Schuss ist mit einer Reaktion von Testsubjekten in einem Raum voller Testsubjekten in einem Raum voller Testsubjekten. der Schuss Das gehört nicht zum Test. Das gehört nicht zum Test.